Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem neuen Video zum Deepboard möchte ich euch zeigen, wie ihr Event-Messages konfigurieren und richtig nutzen könnt. Ein eigenes Logo sowie Layout helfen euch dabei, eine eigene Marke für YouTube und Twitch zu etablieren. Auf Fiverr findet ihr professionelle Designer, die alle eure Wünsche zu einem fairen Preis umsetzen können. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Deepboard bietet euch an, sogenannte Event-Messages einzurichten. Um zu diesen Event-Messages zu gelangen, solltet ihr einfach auf den Reiter Channel-Commands wechseln und dort dann auf Event-Messages. Dort gibt es unter anderem Nachrichten, wenn ein Zuschauer das allererste Mal in euren Chat kommt oder aber, wenn ein Zuschauer wieder in euren Chat kommt. Also jedes Mal, wenn er euren Chat joint. Außerdem könnt ihr eine Message versenden, wenn jemand euren Chat verlässt bzw. den Stream leaft. Fangen wir zuerst bei dem ersten Zuschauer an bzw. First-Time-Viewer-Message und bei der Welcome-Back-Message. Das Ganze sollte bei euch so aussehen, dass es ausgegraut ist und damit ihr das bearbeiten könnt, müsst ihr auf den Edit-Button klicken. Um das ganze System zu aktivieren, setzt ihr den Punkt auf Enabled und ihr habt nun zwei Möglichkeiten. Client-Only bedeutet, dass das Ganze nur für euch im Deep-Bot, also hier oben links im Reiter Chat ersichtlich ist. Das heißt, diese Nachrichten, die hier kommen, die werden nicht in den öffentlichen Chat geschrieben und auch nicht an die Zuschauer gesendet, sondern das ist für euch einfach nur so eine Status-Nachricht, sodass ihr mitbekommt, wenn das erste Mal ein Zuschauer dem Channel beitritt, also auch im Stream oder wenn ein User wieder dem Stream beitritt. Das könnt ihr dann für euch benutzen. Wenn das Häkchen nicht drin ist, dann wird das Ganze in den Chat geschrieben und jeder kann das lesen. Also überlegt euch gut, ob ihr das nur für euch sehen wollt oder aber für alle. On-First-Chat bedeutet, dass die Nachrichten erst gesendet werden, wenn derjenige etwas in den Chat schreibt. Sollte der Benutzer nichts in den Chat schreiben, werden die Nachrichten nicht ausgeführt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Ganze noch auf User-Levels zu elementieren. Wenn All Viewers ausgewählt ist, dann wird das für alle Zuschauer genommen. Wenn ihr aber nur über VIP und Mods, nur VIP, VIP Silber und VIP Gold oder nur VIP Gold benachrichtigt werden wollt, beziehungsweise nur diese im Chat begrüßt werden sollen, dann könnt ihr hier das entsprechende User-Level auswählen. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Bei den Nachrichten könnt ihr ganz normal Text eintragen und ihr habt die Möglichkeit, die Variable Add User Add zu benutzen. Also bitte ein Anfangs-Add, ein End-Add und dazwischen User. Und das Ganze wird durch den Deport dann mit dem Benutzernamen ausgetauscht, der in den Chat gekommen ist. Drumherum könnt ihr natürlich auswählen, was ihr wollt und dort einen Chat schreiben, beziehungsweise ich habe zum Beispiel hier eine Nachricht geschrieben, die dann den Zuschauern auch gleich sagt, mit welchem Befehl, in meinem Fall ausrufezeichen CMD-List, das ist der Deport-spezifische Befehl, um die Liste der Commands, die ihr habt, im Chat preiszugeben. Ja, den Benutzer sozusagen mitteilt, damit der auch gleich weiß, welche Commands es in meinem Stream gibt. Das gleiche könnt ihr auch bei der Welcome Back Message machen. Hier habt ihr auch Add User Add und könnt somit den Benutzernamen des Zuschauers einbinden. Seid ihr mit den Einstellungen durch, klickt ihr einfach auf Speichern und das System ist somit aktiv. Kommen wir nun zu der Part Message. Diese könnt ihr auch bearbeiten, indem ihr auf Edit klickt. Im Endeffekt habt ihr hier erstmal die Möglichkeit, auf Enabled zu stellen, um das System zu aktivieren, beziehungsweise auf Disabled, um es wieder zu deaktivieren. Wenn ihr das Häkchen bei Client-Only setzt, ist das genauso gleichzusetzen, wie bei der First-Time-Viewer-Message und Welcome Back-Message. Ist das Häkchen gesetzt, seht nur ihr das Ganze in dem DeepBot-Chat, also oben links auf dem Reiter Chat. Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist, dann wird wirklich eine Nachricht in den öffentlichen Chat geschrieben. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, das User-Level einzustellen. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel auf All-VIP und Mods geht, dann würde das ganze System, also die Nachricht hier unten, nur in den Chat, beziehungsweise nur euren Chat geschrieben werden, wenn VIPs, beziehungsweise Mods den Chat verlassen. Daunter habt ihr dann die Möglichkeit, die Nachricht zu bearbeiten. Auch hier gibt es wieder die Variable atUserAt, die dann durch den Benutzernamen des Zuschauers ausgetauscht wird. Und dahinter könnt ihr einfach und auch davor einen Text schreiben. So könnt ihr das Ganze zum Beispiel anpassen und sagen, atUserAt hat den Stream verlassen. Wenn ihr das Ganze dann auch noch auf All-Viewers stellt und Client-Only, dann wäre das ziemlich, ziemlich praktisch, denn ihr könnt im Chat vom DeepBot mitverfolgen, welche Leute euren Stream verlassen. Ihr kennt es sicherlich, ihr unterhaltet euch mit dem Stream-Chat und wisst nicht mehr genau, ob noch jemand im Stream ist. Ja, kein Problem. Ihr seht es ja sofort, wenn derjenige den Stream verlassen hat, denn dann steht so eine Nachricht in dem Chat drin. Für mich persönlich nutze ich das ganz gerne, dann weiß man doch des Öfteren, wer den Stream verlassen hat und wer nicht. Und ich benutze das auch bei Client-Only, denn das möchte nur ich wissen und ich möchte nicht, dass dann noch preisgegeben wird, wenn jemand den Stream verlässt, denn manche Leute finden das nicht so cool. Die wollen einfach im Lurka-Modus unterwegs sein. Habt ihr eure Einstellung gemacht, klickt ihr auch auf Save und somit ist das System hierfür auch konfiguriert und aktiv. Das war es dann auch schon mit diesem kurzen Tutorial zu den Event-Messages des DeepBot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Oh, ciao! Oh, ohne, ohne. Oh, ohne. Oh, ohne. Oh,第二 Jahr Oh, ohne. Oh, ohne, ohne. Oh, ohne. Die- Survivor. Tom луч. Vielen Dank.